Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich Willkommen am Freitag, dem 24. Februar 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily in der Version 0062. Und das sind die folgenden Themen des heutigen Tages. Tag heuer, Honor, Tesla, Versicherungsschutz, Gboard, Homematic, Galaxy S8 und Sicherheitslücken. Gehen wir doch die ganzen Themen einmal ganz kurz durch. Wir haben da ein Interview für euch verlinkt auf daily.giktok.ca in der 62. Folge des Podcasts mit Jean-Claude Bivier. Das ist ja der Chef von Tag heuer. Und der hat ein bisschen was erzählt aus dem Nähkästchen. Quasi was sie so mit der ersten Uhr nicht ganz korrekt gemacht haben. Was sie daraus gelernt haben und wo es mit den neuen Uhren hingehen soll. Weil es ist ja bald soweit. Im Märzen kommen ja anscheinend die neuen Smartwatches aus dem Hause Tag heuer. Da dürfen wir schon sehr gespannt sein. Sie werden auf jeden Fall wieder auf Android Wear sein. Und die anderen Neuigkeiten, die werden dann eben wie gesagt folgen. Aber wenn euch Smartwatch das Thema allgemein interessiert, dann ist geraten euch das Interview mal ein bisschen durchzulesen. Honor hat vor der MWC schon ein bisschen was vorgestellt. Und dazu gehört zum einen das V9. Das V9 ist ein Smartphone, was sehr sehr schick ausschaut. Sehr sleek ist, sehr schön verarbeitet aus Alu. Hat peppige Farben, sehr viel RAM drin. Auf Android 7.0 basiert das Ganze. Und es ist vor allem für sehr günstiges Geld zu haben. Weitere Specs und so weiter könnt ihr natürlich in dem von uns verlinkten Beitrag von Engadget nachlesen. Da findet ihr auch zwei Videos dazu. Ein kurzes Hands-on und ein Commercial-Video. Dann haben wir Neuigkeiten zu Tesla. Aus dem Hause Tesla. Angekündigt war ja bis 2018 500.000 Modelle, bis seit 2020 eine Million an neu gefertigten Geräten. Also ich spreche jetzt von dem Model 3, dem günstigsten Einstiegsmodell, was Tesla hat. Anscheinend, so Elon Musk, ist man auf Kurs und will auf September diesen Jahres mit der Produktion beginnen. Wir sind da sehr gespannt und ja, für ihn hoffen wir natürlich, dass es klappt. Für ja, mal schauen, ob es dann wirklich auch so weit kommt. Zum Thema autonomes Fahren geht es in dem Sinne gleich ein bisschen weiter. Die britische Regierung will gesetzlich verankern, dass es eine Grundlage gibt quasi für das autonome Fahren. Da sollte zum Beispiel mit drin sein, dass wenn man kein Update macht, also kein Software-Update, dass man dann den Versicherungsschutz verliert. Das Ganze ist ein bisschen creepy. Logischerweise finde ich es sehr gut, weil wenn da etwas in einem Update eingespielt oder nicht eingespielt wurde und deswegen ein Unfall passiert, ist es natürlich ziemlich gefährlich. Wenn es aber quasi im Notfall so ist, aber da kommt ja dann sicherlich das Gericht zu Zuge, wenn du quasi beim Notfall raus musst und das Update möchte sich installieren. Ja, gut, dass sie sich Gedanken machen. Gut, dass man da gewisse Grundlagen schafft. Wie das Ganze dann schlussendlich umgesetzt wird, muss man sich eh im Einzelfall nochmals anschauen. Aber sicherlich kein falscher Weg, denke ich. Dann gibt es ein Update für all diejenigen unter iOS, die die Gboard-App von Google nutzen. Die kann jetzt endlich nach einem Update auch Sprache, sprich ihr habt da auch einen Knopf und könnt das Ganze per Sprache eingeben, wenn ihr zu faul seid zum Tippen oder es einfach schneller geht, wenn ihr es per Sprache macht. Und es gibt ein paar zusätzliche Emojis. Welche das sind, schaut am besten selber nach. Da werdet ihr sicherlich fündig. Samsung bringt ja ihr S8, was normalerweise an der MWC vorgestellt wird, also die Reihe, nicht an der MWC. Das hat sich ein bisschen verzögert. Dennoch haben sie, oder ja, wahrscheinlich nicht sie oder auf Umwegen sie, ein bisschen Zahlen spicken lassen, ein bisschen geleakt. Dazu gibt es nämlich jetzt ein paar Specs, die offengelegt wurden. Allzu viele Änderungen gibt es nicht. Wer sich dafür interessiert, wir haben einen Beitrag verlinkt von notebooksbilliger.de. Da könnt ihr das Ganze nachlesen, wie das S8 bestückt sein soll. Macht natürlich Sinn, das so knapp vor den anderen Großen zu tun. Dann die letzte Neuigkeit heute. Wir haben Ihnen sicherlich in den Newsfolgen darüber berichtet. Da bin ich mir noch sicher, genau, dass das erste Mal es passiert ist, dass Microsoft einen Patchday außen gelassen hat in diesem Monat. Das hat es bis jetzt, wie gesagt, noch nie gegeben. Und besonders speziell war ja das, weil zu Beginn des Monats angekündigt wurde, dass eine grössere Sicherheitslücke damit hätte gestopft werden sollen. Jetzt wurde das Sicherheitslücken-Update doch noch nachgereicht. Also wer ein Windows-PC besitzt, sollte sich das Update unbedingt einspielen. Denn, wie gesagt, es geht um eure Sicherheit oder die Sicherheit eures Rechners. Mit Sicherheit ist diese Woche jetzt auch vorbei. Heisst, meine Zeit ist rum für wieder mal zwei weitere Wochen. Nächste Woche wird euch der Achim durch die MWC begleiten. Ich denke da, mal schauen, ob er auch noch andere News findet. Aber ich denke, ziemlich sicher wird sehr vieles von der Richtung her kommen. Wie auch immer er das machen wird, es wird auf jeden Fall passen. Und ich freue mich schon auf die Woche mit ihm. Euch einen erfolgreichen Tag und vor allem ein schönes und erholsames Wochenende. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Sind es drei? Zwei? In der dritten Woche wieder. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.